So, ja, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video im Modul der Wirtschaftsdidaktik. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Wir wandern heute von der Berliner Didaktik hin zur kybernetischen Didaktik nach Felix von Kubé. Dabei handelt es sich um ein technisch geprägtes Prozessmodell, was wir auch gleich sehen werden. Und dieses beschäftigt sich mit der Steuerung von Lernprozessen. Es geht darum, Handlungsanweisungen zu optimieren. Das Modell ist auf Effizienz getrimmt. Das werden wir aber gleich sehen. Wir werden im ersten Schritt einmal das Modell einskizzieren. Hier sei wieder gesagt, wenn die Suchmaschine anwirft, Fachliteratur aufschlägt, werdet ihr sehen, dass da ein bisschen leichte Abweichungen vorhanden sind, dass man ein bisschen andere Symbole verwendet, andere Formen verwendet, dass man vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch einen anderen Begriff verwendet. Wie gesagt, sucht euch die Begrifflichkeiten raus, das Modell raus, was ihr am ehesten versteht, mit dem ihr am ehesten arbeiten könnt. Ich werde das Ganze aufskizzieren anhand der Übungsveranstaltung. Dritte Übungsveranstaltung war das, glaube ich. Egal. Ich habe hier direkte Grafik auch vor mir liegen. Ich werde das nicht eins zu eins hier abskizzieren, einfach so das Wesentliche und werde auch mal die einzelnen Schritte hier erläutern, denn wir haben hier ein Prozessmodell. Im letzten Video hatten wir ein Strukturmodell. Ein Strukturmodell innerhalb dieses Modells haben wir Elemente. Diese haben Relationen zueinander. Und die Relation haben wir anhand der Pfeile erkannt. Einmal von der Methodik hin zur Thematik und von der Thematik dann wieder zur Medienwahl und wieder zurück und so weiter und so fort. Also wir hatten dort sehr viele Verbindungen zu den einzelnen Elementen. Im Prozessmodell haben wir aneinander gereihte Schritte, die durchzuführen sind. Also wir haben eine Art Kreislauf, den wir hier auch gleich wieder erkennen werden. So, also fangen wir einfach mal an. Und zwar, wir haben als erstes einen Kreis. So, dann haben wir hier oben den sogenannten Sollwert. Oder streichen wir mal, Sollwert. Was ist mit dem Sollwert gemeint? Das Sollwert, der Sollwert ist das Leerziel, was von außen in das Modell hineingetragen wird. So, und dann gehen wir direkt über zum Regler. Und den Regler hier, das meinte ich mit der Symbolik. Da haben wir jetzt so eine Art Rechteck hier zu finden. Wie gesagt, wenn es jetzt hier auch ein Kreis wäre, denke ich, wird das jetzt keinen großen Unterschied machen. Entscheidend sind die Elemente, die wir hier im Modell finden. So, schreiben wir erstmal hier hin, Regler. Regler. Und der Regler ist dann hier der Erzieher, Ausbilder oder der Planer. Ich würde hier einfach hinschreiben, das ist der Lehrer. Also machen wir hier mal hin, der Lehrer. Aber ihr könnt auch den Auszubildenden hier, äh, Auszubildenden sei schon Ausbilder, Erzieher oder den Planer hinschreiben. So, dann geht es direkt weiter. Und zwar, wir haben zwar hier auch Pfeile, aber diese gehen nur in eine Richtung. Das ist schon mal ein Unterschied zum Berliner Modell. Neben dem, dass wir hier ein Prozessmodell haben, statt ein Strukturmodell, haben wir hier entsprechend keine Pfeile, die wieder zurück wandern. So, also machen wir hier einmal die Pfeilspitze auf die linke Seite. Zack. Und dann machen wir jetzt hier ein Dreieck hin. So. Zack. Haben wir das auch. Und hier kommt dann das sogenannte Stellglied. Stellglied. Ja, ein Stellglied ist einfach nur eine, ähm, Person. Personen, Medien, etc. Schreibt das mal so hin, wie das hier in der Übungsveranstaltung war. Personen, Medien, etc. So. Dann geht der Pfeil hier weiter. Und zwar, zack. Und jetzt sieht man, wir werden einmal hier im Kreis herumlaufen, bis wir wieder beim Regler uns befinden. Und zwar die Regelgröße der Adressat. So. Hier haben wir dann so eine Art Quadratraute. So. Und hier dann die Regelgröße. Gucken wir mal, dass wir es hier reingeschrieben bekommen. Regelgröße. So. Da wir hier oben jetzt den Lehrer genommen haben, würde ich jetzt hier, ähm, den Schüler nehmen. Oder den Lernenden. Hier in der Abbildung steht Adressat. Ich würde jetzt aber hier einfach den Schüler nehmen. So. Das passt dann auch. Schüler. Ja. Und dann gehen wir direkt weiter. Mit der Pfeilspitze. Und zwar, hin zu einem weiteren Dreieck. Dieses Dreieck ist ein bisschen umgekehrt gedacht. Zack. So. Und dann haben wir hier den Messfühler. Die sogenannte Lernkontrolle. Also schreiben wir hin, Messfühler. Messfühler. Und zwar die Lernkontrolle. Lernkontrolle. So. Und dann geht es wieder weiter. Dann haben wir hier unseren Kreislauf bereits geschlossen. Indem wir vom Messfühler wieder zum Regler gelangen. Ja. Was man jetzt noch machen kann. Man kann jetzt hier noch, ähm, an die Pfeile selbst auch noch einige Begrifflichkeiten, ähm, hinpacken. Ähm, hinpacken. Das würde ich auch tun. Denn wir haben ja hier einmal einen Sollwert. Also muss es auch einen Istwert geben. Und den Istwert, den packen wir erstmal hier hin. Ist-Wert. So. Den gleichen wir dann mit dem Sollwert ab. Und schauen, okay, wurde der Sollwert erreicht? Ja oder Nein. Wenn Nein, dann gehen wir den Kreislauf noch ein weiteres Mal durch. Wenn Ja, ähm, könnten wir uns einem neuen Lehrziel widmen und dann den Kreislauf wieder durchgehen. So. Dann haben wir hier hinten links eine Strategie. Eine sogenannte Lehrstrategie. Oder auch Erziehungsstrategie. Ich würde das Ganze hier Lehrstrategie nennen. Weil wir beziehen uns jetzt hier auf den Unterricht eines Lehrers, Lehrer-Schüler-Beziehung. Und demzufolge würde ich jetzt hier auch das Ganze Lehrstrategie nennen. Weil es hier um die Lehrziele geht. Nicht um die leeren Ziele. Wir haben hier Lehrziele. Das Modell ist von Lehrzielen geprägt. So. Und dann finden wir hier die Steuerung. Steuerung. Und wenn wir das Ganze noch weitergehen, haben wir die Reaktion des Adressaten. So. Die Reaktion. So. Des Adressaten. Was man jetzt hier noch findet in der Abbildung ist, dass wir hier drei Pfeile haben. Von der Regelgröße zum Messfühler hin. Und dann auch wieder zurück. Das würde ich jetzt lassen. Das können wir etwas verwehren. Entscheidend ist, dass man erstmal erkennt, okay, wir haben hier ein Prozessmodell. Und das sehen wir daran, dass wir einander angeordnete Schritte haben. Wir haben erstmal den Sollwert, der in das Modell hineingetragen wird. Dann haben wir den Regler. Das ist der Lehrer. Wir haben die Regelgröße des Schülers. So. Und dann durchlaufen wir hier diese einzelnen Schritte und gleichen am Ende den Istwert mit dem Sollwert ab. Punkt. So. Dazu haben wir auch ein bisschen was notiert. Machen wir aber gleich. So. Der Regelgröße unterliegt auch Störgrößen und äußeren Einflüssen, inneren und äußeren Einflüssen, die auf die Regelgröße einwerten. Das könnten wir hier nochmal hindoktern. So. Machen wir hier einmal kurz. Zack. Zack. Einflüsse. Und hier auch Einflüsse. So. Was auch immer das für Einflüsse sind, lassen wir jetzt mal da stehen. Das sind sogenannte innere und äußere Einflüsse. Also könnten wir hier theoretisch noch innere, innere und äußere. Ich würde das sogar so machen. Die inneren Einflüsse würde ich hier sogar hinschreiben und dann auf die Regelgröße einen Pfeil setzen und die äußeren dann hier von rechts oder von unten. Spielt keine Rolle. Dann sieht man so ein bisschen, okay, die inneren Einflüsse befinden sich innerhalb des Modells, die äußeren Einflüsse außerhalb des Modells, um das ein bisschen besser differenzieren zu können. Aber das müsst ihr für euch entscheiden, wie ihr es am Ende aufskiziert. Ihr müsst es erläutern können, warum ihr denn hier die Pfeilspitze jetzt dort setzt, warum ihr denn die inneren Einflüsse in den Kreis packt und die äußeren außerhalb etc. So. Jetzt möchte ich das Ganze noch ein bisschen erläutern mit den Notizen, die ich gemacht habe. Und dann, wenn wir das Ganze noch mit einem Beispiel durchgehen, woran ihr denn erkennt, wieso das Ganze überhaupt technisch geprägt ist. So. Prozessmodell hatte ich ja schon erläutert. Und zwar die kommunistische Didaktik als technisch geprägtes Prozessmodell beschäftigt sich mit der Steuerung von Lernprozessen. Ja. Kubi sieht nämlich hier die Didaktik als Regelkreis, in dem das Lehrziel als Sollwert von außen eingebracht wird und der Wissensstand der Schülerinnen und Schüler den Istwert darstellt. Nun agiert die Lehrperson als Regler, um das Lehrziel unter Verwendung von informationstheoretischen Methoden und Lernprogrammen zu erreichen. Dabei agieren die Schüler als Regelgröße, die vom Regler gesteuert wird. Anschließend werden Istwert und Sollwert anhand von einer Lernkontrolle miteinander verglichen. Folglich sucht die kubernetesche Didaktik nach optimalen Handlungsanweisungen, um das vorgegebene Lehrziel zu erreichen. Es geht hier wirklich um die Effizienz, um die Optimierung meines Unterrichts, um die optimalen Handlungsanweisungen zu finden. So. Und jetzt gehen wir das Ganze mit dem Beispiel durch und dann schreibe ich noch ein paar Stichpunkte hier hin. Und zwar habe ich das Beispiel mal in sechs Schritte unterteilt. Das ist auch ein gängiges Beispiel. Das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Wir haben einen Sollwert. Sollwert, beispielsweise Sollwert, 20 Grad Celsius. Dann haben wir den zweiten Schritt und zwar den Regler. Der Regler wäre die elektronische Schaltung. Elektronische, elektronische Schaltung. Schaltung. Dann haben wir den dritten Schritt und zwar das Stellglied. Das ist die warme Wasserzufuhr. Stell, bled, die warme Wasserzufuhr. Warm, Wasser, Zufuhr. So, dann Paket 4. Dort finden wir die Regelgröße. Das wäre hier der Heizkörper. Regelgröße. Der Heizkörper. Dann haben wir Schritt 5. Und dort haben wir den Messfühler. Das ist Thermostat. Mess Fühler. Das Thermostat. Thermostat. Und Schritt 6. Dann den Vergleich zwischen Ist- und Sollwert. Das wäre dann hier die Lernkontrolle. Vergleich zwischen Ist-Wert und Sollwert. Ja, und da muss ich jetzt einfach gucken, wurden diese 20 Grad erreicht oder nicht. Ja, und deshalb kommt der Name auch technisch geprägtes Prozessmodell von diesem Beispiel auch her. Das ist ein gängiges Beispiel. Das findet ihr auch in der Fachliteratur. Sechs Schritte unterteilt. Ja, und dann gehen wir einfach wieder diesen Kreislauf, diesen Regelkreis, gehen wir erneut wieder durch. Also wir wandern dann von Schritt 6 wieder hoch auf Schritt 1 und gehen das ganze Paket noch einmal durch. Wenn wir jetzt beispielsweise feststellen, okay, wir haben jetzt hier 18 Grad als Ist-Wert und Sollwert ist 20 Grad, noch einmal durchgehen. Und das Ganze optimieren und wieder dann, ja, das Ganze effizienter gestalten. So, das war das Beispiel. Und jetzt noch ein paar Notizen. Und zwar erstes, wir haben hier ein Prozessmodell. Prozessmodell, dieses ist anhand der Schritte und des Kreises erkennbar. Schritte, Kreislauf, ich finde das hier mal Regelkreis, Regel, Kreis. So, das muss man auf jeden Fall wissen. Dann haben wir hier einmal den Sollwert und den Ist-Wert. Sollwert wäre hier ganz wichtig. Das Lehrziel ist Wert, ist dann der Wissensstand der Schüler. Aktueller Wissensstand. So, was man auch wissen sollte. Wir haben hier nur einen einzigen Regler. Das ist die Lehrkraft. Und das ist auch schon gleichzeitig die Kritik an diesem Modell. Also können wir direkt hin, klatschen, Kritik, nur ein Regler. So, reicht dieser Regler aus, um die komplexen Prozesse, die komplexen Lernprozesse zu steuern? So, dann haben wir hier eine Lernkontrolle mit drin. Ja, ich könnte jetzt einfach alle Begriffe, die wir jetzt hier irgendwie in das Modell hineingepackt haben, könnte ich jetzt hier alle nennen. Ich denke, so das Wichtigste habe ich hier zusammengefasst. Der Regler steuert die Regelgröße anhand von Methoden und Lernprogrammen. Ja, und die Kritik wäre ein einziger Regler ist nicht ausreichend, um die komplexen Lernprozesse zu steuern. Wir haben hier Lehrziele, die von außen hineingetragen werden. Diese sind zu erreichen und der Regler agiert hier als Steuergröße, um entsprechend die Regelgröße der Schüler hin zu diesem Sollwert zu tragen. Ja, ich gucke nochmal kurz, ob wir noch irgendwas hinzutragen können. Lernprogramme, Methoden etc. Das können wir nochmal, Lernprogramme und Methoden, und mittels dieser wird eben der Sollwert dann erreicht, oder soll er erreicht werden. Ja, und es geht hier um Effizienz und optimale Handlungsanweisungen. Aber dann haben wir es jetzt wirklich, optimale Handlungsanweisungen. So, ja, dann möchte ich das Modell auch schließen. Also ein weiteres Modell, das wir hier kennengelernt haben, wichtig. Ich muss es einskizzieren können und dann vielleicht noch dieses Beispiel kennen, dieses gängige Beispiel. Das hilft einem dann immer weiter. Und drei, vier wichtige Informationen, Prozessmodell, Soll-Ist-Wert, eine Lernkontrolle. Das Modell ist auf Effizienz und optimale Handlungsanweisungen ausgelegt. Es geht um die Steuerung von Lernprozessen, um entsprechend diesem Sollwert, das Lehrziel zu erreichen. Ja, das sollte schon gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao. 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 Ciao.